Ja, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Ja, der Grund, warum ich das Video mache, ist, ihr wisst ja, dass ich am 31. Dezember 2023 ein Training für Jänner 2024 bekannt gegeben habe, dass ich eines machen wäre und ich möchte mich bei euch entschuldigen, dass ich das Training nicht gemacht habe. Es hat diverse Gründe gehabt. Ich hatte im Jänner einfach viel zu tun und Ende Jänner, ich glaube, das war so am 29. Jänner, wo ich das geplant hätte, bin ich dann krank geworden und dann habe ich das Training auch nicht mehr machen können. Und wie gesagt, ich habe dann einige Wochen gebraucht, bis ich dann wieder gesund geworden bin. Ja, wenn ich ein neues Training beginne, weiß ich noch nicht. Ich werde es auf jeden Fall, wenn ich ein Training mache, es überraschend beginnen und keinen Termin mehr bekannt geben. Für heute wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend und auch ein wunderschönes Wochenende.